Ja ihr Lieben, ihr guckt jetzt sofort auf die schöne Torten-Mehlspeise-Vitrine. Ist doch niedlich, oder? Ja, ein liebes Kaffee und auch sehr, sehr liebe Mehlspeisen, Torten. Also so richtig was für den süßen Genießer. Und die beiden Damen machen uns jetzt, Martin und mir, einen Kaffee. Und die beiden Damen von uns, unsere beiden Damen, die sind gerade auf einer kleinen Eisenbahntour durch die Stadt. Also mit so einer kleinen Bimmelbahn, die so auf der Straße fährt. So ein kleiner Traktor ist das. Und die freuen sich da jetzt auch diese Aktion gerade zu machen. Aber wir haben lieber Lust auf einen Kaffee und eine Torte. Und nach guten Stunden oder so werden sie wahrscheinlich wieder zurückkommen. Da wird jetzt unser Kaffee gemacht, ja. Kaffee gemacht. Schön. Fein. Und der Martin wartet schon. Ja, wir sind jetzt gerade aus seiner, aus seinem Domizil gekommen, so muss ich sagen. Und ja, jetzt muss ich allerdings später, wir werden uns spätestens morgen wieder, dann werden wir wieder in Kontakt sein. Also.